hallo und herzlich willkommen wir sind zu groc's revenge quest for tires 2 an meiner seite der großartige starke ich bin euer mr wenn er 1974 und diesmal geht es darum ja weiß nicht muscheln steine was auch immer einzusammeln also irgend so was hellblaues auf jeden fall löchen übrigens das übrigens ist der großartige starkeler unverkennbar an seiner stimme zu erkennen ja vor allem der gute starkeler hat irgendwie das gefühl dass diese woche schon mal gesehen zu haben das glaube ich gar nicht hat er auch nur davon geträumt das weiß er nicht schreibt das jetzt mal in kommentare ob er davon geträumt hat ich hab nur von dir geträumt ja nee das hat matthias rein von starkeler geträumt das weiß ich damals untergeflogen großartige herein von starkeler träumt ich würde denn das macht es macht uns tagt ihr auch angst übrigens vor sich nicht genau im tunnel ist gut munkeln und da kann man auch einsammeln weil es geht darum diese toll toll lustig zu bezahlen um die brücke zu kommen und dann auch toll kollekt und wieder hier ganz lustig die maut ist auto die baut muss weg ich fühle aber immerhin wir können ja verraten dass wir uns das vorhin mal ein bisschen angeschaut haben bevor wir wieder auf gefangen haben nur darüber aufgeregt und das extrem um zu starten muss man übrigens f1 drücken das dachte mir so gemacht ich wusste wo f1 war dieses spiel war es aber ziemlich egal da konnte man drücken bis ich weiß es nicht zum sagen wir mal eins tag also dieses spiel ist auch von sierra natürlich gut feiti modierst du geraten sich von 60 bei dem das jahr kaputt ist das ist mir egal demoliere alles notfalls sie gut aus bis jetzt also alles ist natürlich tödliche tödlich da ist klar und logische offen c64 beim c64 ist alles tödlich auch schnupfen im wasser sowieso ach da ist er stimmt mit da man darf dem idioten ja gar nicht erst begegnen stimmt da war es lustig lang ist her so das ist dann ganz toll damit wir auch das niveau hoch halten ich möchte übrigens skandal für deutsche leute die sonne scheiße in der high score liste schreiben das finde ich ein skandal das ist moralisch und ethisch recht fragwürdig das ist mal mountain two gemacht nein ich habe glaube ich jetzt irgendwie two player gemacht damit richtig sinnlos ist glaube ich aber egal schaffen das schaffen das kann es sein dass der krog auch noch sachen einsammelt ja natürlich er will ja auch die 100 haben also der will auch zur toll collect geben ja ja also eigentlich ist das ein wettkampf um ich glaube irgendwie brunhilder sind gesehen die natürlich auf der anderen seite wartet die wie auch immer sie über die brücke gekommen ist das ist die die wahrscheinlich in den haaren herbeigezogen ist ja ich glaube die geschichte ist auch in den haaren herbeigezogen glaube ich aber was willst du denn machen was willst du bist ja nur so ein blöder neandertaler du hast noch nicht irgendwie ein job wie fährt feuerstein also na gut dass auch keine frau die wilmer heißt das könnte vorteile haben auch immer sagen die dinos damals realistischer aus als drastic world grüße an den herren der freut sich bestimmt über den gag aber muss da jetzt auch mal still halten er ist ja schon wieder der arsch weg 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 da sieht man ja unten genau wir müssen auch mit einer so einer mini sirene ach so das macht die sache natürlich noch doppelt leicht absolut weil sonst das kann ja jeder sonst was ja langweilig weil sonst eigentlich früher hatte ich immer das problem da waren er schneller als ich jetzt bin ich schneller aber für macht er sagt mich immer noch kalt so jetzt glaube ich nichts mehr alles abgeräumt da hinten um die ecke kannst du nicht oder wie doch hier das erinnert mich natürlich so ein bisschen an das eine level bei tom und jerry wurde wird jerry dann dieses mauseloch läuft ich dachte jetzt hätte gesagt irgendwie night driver oder den night driver sieht ein bisschen anders aus noch eine noch eine die frage wo findest du denn noch eine an und versuchen tun aber hauptsache der knallkopf kommt man nicht wieder ein weg jetzt hast du 100 da muss ich dahin wo ich hin muss genau denn was muss muss ja ja genau das ist relativ einfach kommen da ist noch ein bisschen der so nicht der arsch genau also irgendwann sind hier auch weg also da kann es nicht unendlich sammeln dann wahrscheinlich weil er die da auch gesammelt hat so jetzt muss glaube ich hier reingehen genau durch den tollen genau glaube ich zumindest egal der zeit eben genau so kassiert oder blamier und bringe mich zum nächsten level dreh mich zum nächsten berg player 2 und so der kann jetzt die frisse halten er kann jetzt und tschüss pacco mit dem weiß nicht so gut ja das noch mal also jetzt player 2 was du steuerst ja ja dann fresse der berg sieht er genauso aus ok stimmt das kann man ja auch machen zeigen wir euch mal schöne todesanimation dass der stein sondern stein und du bist immer noch player 2 stein aber nicht da ist ja noch so irgend so viel zeug da kann man in dem noch mal verwecken ja aber ich glaube noch nicht beim berg 1 kann es ja mal probieren auch da passiert nichts doch da steht crash auf dem bildschirm als nicht so gut genau sagt komm nächster mountain jetzt bist du der king of the mountain hier wieder das gleiche wie beim letzten mal ich bin mal gespannt was er jetzt wieder haben wahrscheinlich wieder 100 oder vielleicht sogar mehr das wäre nicht ungewöhnlich dass er mehr haben will stands gebrauchte brücken da ist der vogel denn schon mal orientieren wurde ist erst noch auf der anderen seite des berges aber ihr seht es gibt nur drei berge das sollte man nicht machen das ist ungesund aber es schaffen war da denke ich doch ne komm 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 sei ist hier nicht kommt nicht auf meine seite das ist eine ebene weiter oben also bis jetzt alles gut was dann auch sie abräumen kann ja natürlich das ist noch nicht ganz so gut das ist normal ja dann gehen wir jetzt meinen tunnel dann machen wir hier einen auf tunnel blick aber lang der tunnel ja nur kurz hier du bist dann auch relativ sicher würde ich sagen dann wenn es wirklich nur 100 sind und wenn ich da überhaupt noch hinkomme was wahrscheinlich gar nicht so einfach ist dass wir den richtigen tunnel nehmen dann da war aber da genau das ging dann da weiter dann muss er wieder runter was denn das okay habt ihr das auch mal gesehen mist natürlich nur etwas nervig dass man wieder von vorne anfangen muss ach überhaupt nicht wie kommst du noch so was das reine schätzung war das da kommen wir hier ab und gehen dann zur anderen seite ich glaube schon dass es mehr ist als 100 dazu liegt ja einfach zu viel rum machen wir schon alles abgeräumt das meiste zumindest der ist nicht schon wieder diese prähistorische kröte da sind wir jetzt hier okay da ja dann kommt wieder unten an oder auch nicht okay gut nehme ich zurück jetzt besteht die gefahr natürlich dass du dem anderen begegnest ja da ist er nämlich schon oder mal ab du deb super warum ich hier noch mal ein bisschen tunnel leer ja genau warum nicht tatsächlich 100 wo war der ist gerade weiß keiner jetzt noch mal ab ich finde ich hast ein rat noch abgekriegt wie hast du dann zum nächsten level behalten ist doch schön will ich aber selber wissen ob ich das zahlen oder nicht und das war es mal bei toll collect ja auch nicht und dieser erfindung von der nie wieder gehört hast die natürlich funktioniert klar ja natürlich na genau der tunnel hier ist natürlich schon ein bisschen umfangreicher und ein bisschen ja sagen wir mal schwieriger aber wenn das wieder 100 sind das kriegen ja locker hin ach da geht es gar nicht weiter du bist da hängen geblieben ja weil es nicht weiter nach rechts ging weil das sieht man ja auch auch schön dass ich auch im tunnel anfängt wieder das wunder ich mich gerade also ist wahrscheinlich auch ein bisschen das wunder von bern ja auch level 3 geschafft ja meine rekordzeit hier das blöde gibt ja auch drei berge scheint so mal gucken level d soviel zum thema drei berge gut das haben wir eh nicht aber kann ich mir nicht vorstellen ich wundere mich aber dass er so extrem langsam ist der fritz das ist eine super faire version oder ist das hier der total stumpfenhaini na jetzt fällst du schon wieder jetzt war sie es habe ich gesehen das war das ende ja muss man sagen ist nett ja kann man mit leben ist mit dem spiel läuft wohin läuft es nur ja das war grox revenge bc tires 2 oder bc 2 wie es irgendwie so toll heißt ist ganz gut ich muss man ganz ehrlich sagen ja wir haben mal vorher schon auch gequatscht ich kann sie das gehen so wie du auch den teil bevor ich den ersten kannte aber geht beides in ordnung ja auf jeden fall an meiner seite der großer gestalt kinder ich bin euer mister wenn er 1974 und wenn ihr spaß hattet dann lasst es uns spüren genau nackt fotos abonnieren kommentieren bewerten in dieser folge bis dann tschüss bis dann tschüss bis dann